Ex-Bundesverfassungsschutz-Präsident Maaßen will nicht für die Werteunion bei der Landtagswahl in Thüringen antreten. Union offen für besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Und Shaping Memory Erinnerung gestalten. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 30. Januar. Der frühere Bundesverfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen will nicht bei der Landtagswahl in Thüringen kandidieren. Das habe ich nicht vor, sagte Maaßen in einem Interview mit dem in Südthüringen erscheinenden freien Wort. Wer für die Werteunion als Spitzenkandidat bei der Thüringer Landtagswahl antreten soll, wolle man noch entscheiden. Berlins regierender Bürgermeister, Kai Wegner, hat sich auf X zum Insolvenzantrag von KDW geäußert. Der Insolvenzantrag des KDW zeigt, in welch schwierige Lage alle Kaufhausstandorte nach der Insolvenz der SIGNA Holding gekommen sind. Das KDW wurde vor 117 Jahren in Berlin eröffnet und ist wahrlich eine Berliner Institution. Der Berliner Senat wird sich dafür einsetzen, dass eine Lösung für Berlins berühmtestes Kaufhaus gefunden werden kann und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden. Eine Insolvenz kann aber immer auch die Chance für die Weiterentwicklung der Kaufhausstandorte bieten. Politiker von Grünen und FDP machen in der Frage der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine Druck auf Kanzler Olaf Scholz. Wir sollten Taurus-Marschflugkörper schnell liefern, sagte Bundestagsvize Katrin Göring-Eckardt der SZ. Deutschland habe versprochen, dass wir alles bereitstellen, was wir können und was die Ukraine braucht. Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr hielte es für sinnvoll und richtig, die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern zu unterstützen. Die Union hat wohlwollend auf Überlegungen der Ampelkoalition reagiert, als Reaktion auf das Erstarken extremer Parteien das Bundesverfassungsgericht besser vor möglicher Einflussnahme zu schützen. Wir teilen die Sorge der parteipolitischen Einflussnahme auf die Justiz und insbesondere das Bundesverfassungsgericht. Dieses wichtige Thema sollte auf breiter Basis diskutiert werden, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz, der Funke Mediengruppe. Finanzminister Christian Lindner will Bürgergeldbezieher schneller in Arbeit bringen. In der Rheinischen Post sprach er sich dafür aus, den Job-Turbo zur rascheren Arbeitsmarkt-Integration von Geflüchteten aus der Ukraine auf alle Bürgergeldbezieher auszuweiten. Das würde eine engere Kontaktdichte zu den Jobcentern bedeuten. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages wurde gestern in die Residenz des Botschafters des Staates Israel zur der Veranstaltung Shaping Memory Erinnerung gestalten eingeladen. Dort waren 60 Schülerinnen und Schüler aus drei verschiedenen Schulen und der Holocaust-Überlebende Kurt Hillmann aus Israel zu Gast. Wir haben den Botschafter von Israel in Deutschland, Ron Prosor, dort zum Thema Antisemitismus interviewt. Also wir vereinbaren, wo jeder Schüler eigentlich Verantwortung übernimmt. Und es ist in jeder individuellen Hand, um wirklich die Welt einen besseren Platz zu bringen. Nie wieder Antisemitismus und wenn wir es sehen, müssen wir dagegen nicht nur sprechen, sondern handeln. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen zu einem bundesweiten Streik am Donnerstag aufgerufen. Damit wäre auch der Luftverkehr weitgehend lahmgelegt. Wie das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung mitteilt, sind die CO2-Emissionen beim Heizen binnen 20 Jahren um 12 Prozent gesunken. Zum anderen ist im selben Zeitraum auch der Energieverbrauch beim Heizen zurückgegangen. Um knapp 13 Prozent im Jahr 2021 gegenüber 2001. Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes aus einer Überwachungskamera am Bahnhof Gesundbrunnen sucht die Polizei Berlin nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Am 5. November 2021 gegen 20 Uhr und 45 Minuten fiel der Unbekannte Gesuchte durch lautes und aggressives Schreien im Bahnhofsbereich auf. Nach einer begangenen Sachbeschädigung an einem Aschenbecher sprachen ihn zwei Mitarbeitende der DB-Sicherheit an. Ihnen gegenüber äußerte der Tatverdächtige die Worte Heil Hitler und drohte ihnen mit einem mitgeführten Hammer Gewalt an. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben. Schlanke Statur. Glatze. Bart. Bekleidet mit einer gelben Warnjacke mit der Aufschrift BPG Building Partners Group, einer schwarzen Handwerkerhose sowie dunklen Schuhen, führte einen olivgrünen Rucksack mit sich. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zur Identität und oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten machen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes per Telefon sowie per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel bedeckt bei einer Tiefstemperatur von 7 Grad. Der Mittwoch zeigt sich ebenfalls bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 8 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.